ich wollte mich eigentlich nur entschuldigungs video was habe ich da egal also man sieht schon ich bin gerade ein bisschen verpeilt ich bin jetzt gerade aufgestanden ich war zwar in der schule aber ich habe mich dann einfach danach sofort hingelegt ich bin einfach total müde bin einfach kaputt und ich habe einfach gestern nicht daran gedacht irgendwas zu rennen ich habe dann heute eigentlich wollen dass ich jetzt am nachmittag oder so das video macht aber dadurch dass ich gepennt habe und jetzt mittlerweile schon warte 17.39 ist und ich weiß jetzt nicht wann das video raufkommt ich schaue dass es um 19.00 da ist tut es mir an der stelle auch leid ich werde schauen dass ich morgen zwei videos raufladen auf jeden fall geht es morgen dann wieder weiter und ja dann haut rein leute sorry noch mal an der stelle dafür gibt es wahrscheinlich am samstag auf sonntag eine 24 stunden livestream aber ja mal schauen wie gesagt tut mir an der stelle leid hofft dass ihr mir das irgendwie verzeihen könnt und vielleicht gibt es am morgen auch zwei folgen also ciao